Hier ist gar nichts. Gut meine Damen und Herren, dann gehen wir zum Ausgang. Die Flucht. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Man kommt hier nicht intuitiv wieder raus aus der Karte. Schön gemacht. Auf Dauer immer das gleiche, aber wir sind ja auch auf einem relativ kleinen Niveau hier. Ah, es gibt... Regeneration auf Zeit, cool. Jetzt frage ich mich allerdings, wo der hier herkommt. Der hier. Okay, der ist schon weg. Okay. Aha. Das ist gut zu wissen. Ist gleich tot hier, ne? Ich weiß nicht, wie ich den Hund heilen kann. Das weiß ich halt nicht, ne? Okay, cool. Bisschen Geld einsammeln. Ja, Geld. Ich bin rich. Oh. Ah, ich will den nicht schlagen, die kleine, kleine Schäfchen. Es gibt hier hinten noch Schönes. Ah, die Steuer. Wieso? Ja, wenn du den triffst. Man muss da also wirklich noch aufpassen, wo man hinklickt. Ich will den nicht schlagen, wo man hinklickt hat. Oh. Oh. Ein Pfeil. Jetzt habe ich unheimlich viele Pfeile. Das ist der Friedhof hier. So wie ich das kleine Kuscheli besiegt. Okay. Wäre schön, wenn man hier mehr finden würde, ne? Meine Damen und Herren. Einfach ein bisschen mehr finden. Aha, da unten waren wir noch nicht. Das ist wie bei World of Warcraft. Der zieht natürlich die Feinde an. Das ist natürlich ein Quatsch. Ja, hier ist nix. Okay, hier ist tatsächlich nichts mehr. Kleine Truhe oder irgendwas. Gar nix. Es ist halt ein bisschen sehr einseitig. Und man, es ist nicht dieses World of Warcraft-Feeling. Sobald ich wieder Geld habe, spiele ich wieder das Klassik. Und schon wieder ein Pfeilebündel. Das ist ja erstaunlich. Das ist ja hochinteressant. Oho! Schaut es cool aus! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Ihopka leben mehr. Müssen wir kurz warten, bis wir wieder auf... Ich habe hier keine Heiltränke. Ich kann die nicht stapeln. Das ist leider nicht gut. Ich kann hier mal schnell schauen, ob man die vielleicht endlich nach... Nein, immer noch nicht. Ich kann sie nicht aufwerten. Ja, was ist jetzt? Okay. Also wir müssen noch ein bisschen strategisch vorgehen. Oh, zu viel Falle drin, da kann ich eine Kuschelle. Ich kann ihn ja nicht heilen, ne? Ich kann ihn nicht anklicken, gar nichts. Also es ist wohl der Warcraft-Klassik für ganz Arme. Ich habe ja Gott sei Dank so viele Pfeile. Ja, der Hund geht halt immer vor, naja, der zieht halt die ganzen... Die ganzen Mops. Das war schon, da war doch so ein riesiger, wo ist der denn hin? Okay, das war's, cool. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin gut. Mit meinem kleinen Kuschel hat aber so viele Pfeilchen drin. Sie Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Clown der Illager befreit. Das hat Spaß gemacht. Wir gehen jetzt mal ins Lager und gucken mal, ob wir denn mal was Gescheites kaufen können. Das ist reines Leveln, was wir hier machen. Achso, hier gibt es eine Kiste. Ja, gib mir mal einen schönen Helm oder was. Hier kommt ihr auf. Schwarz-Wolf-Rüstung. Ein Wolf, der mit Vorsicht jagt, wird nicht selbst zur Beute. Gott sei Dank, wo ist mein Kuschel? Ja, komm zu Papa. Tschau, Mom. Was hat denn der? Was ist das? Söldner-Rüstung. Naja, das ist doch schon mal was hier. Kaufen wir mal. Die Söldner-Rüstung wird gerne von Kriegern getragen. Die knapp bei Kasse sind. Ja, hör mal. 35% weniger Schaden. Und Schadensverstärkungsaura für Waffen plus 20. Sorry, aber das ist ja gigantisch. 30-Nahkampf. 30-Nahkampf. Das kostet ja Spaß. Okay, 30-Nahkampf. So, wie kann ich die denn anziehen? Wie mache ich das? Da rein oder was? Ja, genau. Okay, habe ich mehr Schaden. Was ist das? Aber das ist natürlich doof jetzt. Kann ich die da runter tun? Nein. Jetzt habe ich... Achso, warte mal. Was hatte die denn? Plus 27, plus 20? Ich bin ja nicht aufgepasst, na. 27 Gesundheit. 23. Die ist schlechter. 35 Schaden. 20. Ja, die ist besser. Sag mal leid. Die ist besser. Aha. Schade. Da habe ich nicht aufgepasst. Immer aufpassen. Da kann ich die jetzt endlich mal aufwerden hier. Achso, warte mal. Die hat ja 24 Nahkampfschaden. Können wir raus tun. Weil die hat 30. Weil dann kann ich ja hier... Na? Goodie. Dann haben wir nämlich jetzt hier eine Spitzhacke. Ein Angriff entzieht ihr Leben, um so einen Stapel Schmerzzyklus zu gewähren. Verstehe ich nicht. Was? 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 Wie? Was? Nee. Ja, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das bis 10% Wahrscheinlichkeit. Das ist... Das hat noch nie funktioniert. Okay, cool. Meine Damen und Herren, das war's. Ich bin jetzt hier mit Wolfs... Wolfsrüstung hier. Die Grafik könnten Sie ruhig mal ein bisschen besser machen. Das ist... Nicht schön. Aber hier jetzt mit... Schwarzwolfrüstung. Ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und mein kleiner Kuschel. Guck mal, wie schön er schaut. Ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Ciao. Huh?